So, herzlich willkommen zurück, liebe Sportfreunde, Freunde der gepflegten Kraftsportunterhaltung. Wir befinden uns hier im Eisendschungel 2022. Zu meiner Linken befindet sich Oli Leonetti. Ich habe gerade gesagt, dass die Gentlemen im Hintergrund ein bisschen leise sein sollen, aber ich muss jetzt wiederum ermahnen. Die sind nervös, die sind aufgeregt. Heute gibt es den Seelenbrecher 2.0. Wir haben noch einen draufgesetzt, wir haben ihn schlimmer gemacht, wir haben ihn aggressiver gemacht. Wir haben mehr Gaps, mehr Optionen mit reingepackt. Wir gehen jetzt gleich mit euch ganz kurz schnell über den Seelenbrecher drüber. Und dann würden wir sagen, wir fangen direkt an mit dem ersten Team, wie beim letzten Video. Es hat euch ja so gefallen, deswegen liked es, verteilt es, abonniert es, kommentiert es, wie schlimm es doch ist. Ein Moment. Leute! So, wie gesagt, die sind nervös. Wir fangen jetzt an, wir gehen kurz rüber. Wir fangen an da, wo die Athleten starten Oli. Gehen wir gerade mal rüber. So, die Athleten starten quasi hier vor dem Banner zu zweit. Das sind, also ein Team besteht aus zwei Mann. Und die zwei Gentleman haben sechs Minuten Zeit durch einen Strongman-Parcours sich durchzuackern. Und wenn da Oli das Startsignal gibt, läuft einer dieser Herrschaften hier rüber und setzt sich an diesen Reifen und muss quasi an diesem Seil diese Sandbags hochziehen. Wenn die Sandbags oben in der Umlenkrolle angekommen sind, gibt der Oli ein Startsignal. Dann darf der zweite Athlete los sprinten. Und da vorne bei dem Herrn, bei dem blonden Herrn mit Sonnenbrille und den roten Shorts, genau den 80 Kilo Sandbag aufnehmen und hier auf die ATX-Boxen laden. Und in dieser Zeit muss der Herr am Seil das Gewicht die ganze Zeit halten. Lässt er die Sandbags aus, muss er das Laden des Sandbags, der andere, erstoppen. Und dann müssen sie sich arrangieren. Dann muss quasi alles wieder hoch und dann müssen sie gucken, okay, wenn der eine die Griffkraft nicht mehr hat, dann setzt sich der andere hin. Die müssen quasi zusammenarbeiten. Und dann ist der Sandbag geladen, ist Kapitel 1 beendet. Dann kommen wir zu Kapitel 2, Raoul, bitte folgen. Hier befinden wir uns bei Kapitel Nummer 2. Einmal 140 Kilo Granitblock, muss auf die oberste Stufe transportiert werden. Dann haben wir hier einen 170 Kilo Amboss. Dann haben wir hier eine 120 Kilo Kugel, die nach oben befördert werden muss. Und jetzt kommen wir zu einer Neuerung. Das Gewicht ohne Griff. Das heißt, es fehlt ein Splint. Die Athleten können das entweder mit der Hand hochsetzen oder sie holen sich die Box der Schande. Die schließen sie folgendermaßen frei. Okay, jetzt gehen wir in die Richtung. Quasi ein Athlet von den beiden rennt dann hier nach hinten. Das kostet Zeit. Jetzt müssen sie sich überlegen, soll man das wirklich machen? Oder reißt sich einer am Riemen, macht sich noch ein bisschen Magnesia hin und hebt das Ding einfach so hoch? Das hier ist die Box der Schande. Da drin befindet sich der Splint, um den Griff zu befestigen. Um diese Box der Schande freizuschalten, den Slot freizuschalten, muss ein 20... Um sie zu öffnen. Um sie zu öffnen. Muss dieser 20 Kilo Sandbag über 3,20 Meter geschmissen werden. Und wenn wir jetzt schon hier sind, gibt es natürlich kleinere Athleten. Und die kleineren Athleten haben natürlich einen Nachteil, um gewisse Sachen auf Höhe zu heben. Dann kann man gleichzeitig auch hier an diesem Gestell die zwei Prothesen freischalten, indem man einen 18 Kilo Sandbag über diese 3,20 Meter wirft. Also die Athleten müssen sich jetzt aussuchen, reißen wir uns am Riemen, kriegen wir das hoch oder gehen wir dorthin und schalten unsere Gadgets frei, oder Oli? So kann man das nennen, ein Gadget. Und wenn dann alle Gewichte auf diesem Podest oben sind, ist Kapitel 2 beendet. Dann kommen wir nun zu Kapitel 3. Wer das erste Video gesehen hat vom Seelenbrecher, ich verlinke es jetzt hier mal, oder Raul, so hier oben so. Das ist das erste Video vom Seelenbrecher von der Strongman Villa dieses Jahr. Haben wir hier die Viking Press. Die Viking Press wird natürlich, wie jeder eine Viking Press kennt, über Kopf gedrückt. Aber wir haben das kombiniert mit Atlas Stones. Das heißt, hier unten liegen Atlas Stones. Die müssen genommen werden, hier reingelegt werden und dann über Kopf gedrückt werden, über die Murmelbahn nach hinten. Und jetzt kommt wieder ein kleines Gadget. Oje, die Murmelbahn ist gerade versperrt, weil da liegt ein Atlas Stone. Und die Athleten müssen diesen Atlas Stone, der jetzt an einem Seil befestigt ist, mit diesem Rambock hier, ein Athlet hier, nur nicht anheben, anheben und den Rambock nach vorne schieben. Damit der Atlas Stone nach oben gezogen wird und dann ist die Murmelbahn frei. Wenn dann die 50 Kilo, die 60, die 80 und die 90 Kilo Kugel über die Murmelbahn nach drüben befördert wurde, dann gehen die Athleten rum und laden hier die 50 Kilo rein. Die 60, die 80, hier kommt die 90 Kilo Kugel rein und die 100 Kilo Kugel wird hier liegen. Dann muss die 100 Kilo Kugel hier reingeladen werden und wenn das dann in sechs Minuten vollbracht ist, können die Teams nochmal das letzte aus sich rausholen, indem sie den Excalibur Stein deadliften. Das heißt, hier in einem Meer von Flammen wird der Athlet, der Olli macht das gerade mal vor, stellt sich auf die Kiste und muss den Stein über diese Kante hochheben und das auf so viel Wiederholung. Das ist ein Wrap und dann haben sie die restlichen Sekunden oder Minuten, was sie nun mal übrig haben, Zeit, so viele Wiederholungen zu machen, wie es geht. Gehen wir mal davon aus, ein Team kommt in 5 Minuten 30 durch den Seelenbrecher, dann haben sie noch 30 Sekunden Zeit, so viele Wiederholungen zu machen mit diesem Stein. Jetzt kommt der Clou. Natürlich müssen die Stones über die Viking Press rübergebracht werden. Wenn ein Athlet es nicht schafft, die Stones über die Viking Press rüberzudrücken, gibt es folgende Alternative. Der Stone wird vorne aufgenommen und wird über einen Rundkurs hier rum, einmal um die Fackeln und hier vor und dann in die Körbe geladen. Können die Athleten sich aussuchen. Wenn sie ihn nicht laden können, dann haben sie die Option, ihn tragen zu können. Und das ist es. Wir haben jetzt zusätzlich die Prothesen. Wir haben die Box der Schande. Die Box der Schande mit dem Hochwurf. Mit dem Splint, mit dem Hochwurf. Wir haben den Rambock, der die Murmelbahn versperrt. Der die Murmelbahn versperrt und wir haben den Excalibur Stein. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt für den nächsten Seelenbrecher, schreibt es bitte in die Kommentare. Das Ding ist echt so geil erweiterbar. Ich weiß nicht, was man noch machen kann. Irgendwelche Ochsenhälften filetieren, um an irgendwelche Implements dran zu kommen oder sowas. Die können wir dann abends grillen. Ja, irgendwas Verrücktes. Fühlt euch frei, was reinzuschreiben. Und ich würde jetzt echt sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Wir fangen jetzt an mit dem ersten Team. Jetzt losen wir noch kurz die Stadtnummern aus. Und dann haben wir 15 Teams. 15 Teams. Der Marcel hat schon Sicherheitsschuhe. Da brennt es ganz schön. Wir fangen an. Viel Spaß. Holt euch noch was zu trinken, zu essen. Setzt euch hin und genießt die Show. Jetzt mache ich mich mit dem Rain. So, ihr Lieben. Wir stehen hier mit dem Team Falcon Eyes. Zwei Frischlinge für den Seelenbrecher. Also ihr habt den Seelenbrecher noch nicht gemacht. Das ist auch die zweite Runde. Wie ist eure Strategie? Überleben. Überleben, genau. Also wir haben uns die Aufgaben ein bisschen aufgeteilt, aber ich glaube, sonst haben wir keine großartige Strategie. Okay. Als erstes Team ein bisschen starten ist beim Seelenbrecher ein bisschen bitter, sage ich immer. Weil man kann nicht so sehen und man weiß nicht, welche Pace man gehen soll. Genau. Ich wünsche euch viel Glück. Wir sehen uns in sechs Minuten. Viel Erfolg. Olli, sieg an dir. Jungs, viel Spaß. Dann kriegt ihr das Go. Drei, zwei, eins, Start. So war sie. Seil gehen, seil gehen, jetzt schon seil gehen. Schneller, schneller, schneller. Ziehen. Ziehen, 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 was ist los? Noch mal noch, komm. Noch mal. Brava, komm. Reiten, halten, auf so viel. Auf geht, auf geht. Ziehen. Auf geht. Auf geht. Auf geht. Abfahrt, komm. Auf geht. Ab, ab. Ab, ab. Auf Jungs, komm. Komm, renn, renn. Das ist gut. Komm, weiter, weiter. Ab, ab. Auf geht, hopp. Komm, renn, hoch. 변, rein. Einmal. Herzen. Neh? Hopp, hopp, hopp. Ganzer Körper, ganzer Körper. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Komm jetzt. Und weiter geht's. Auf geht. Hopp. Komm, renn, hoch. Komm, renn, hoff. Komm, renn. Ein langer Ruf, komm! Jawohl! Komm, gib Gas für den anderen Ruf! Komm, die Kugel drüber, das ist alles frei! Komm, nicht stoppen! Komm, nicht nachdeck! Einfach machen! So, und jetzt! Beine dahinter! Komm jetzt! Noch ein bisschen! Gut! Jawohl! Ich bin weitergedrückt! Auf! Komm, ein bisschen weiter Power! Auf! Attacke! Wohin Wetter jetzt! Oh, ist gut! Oh, ist gut! Guck! Auf, komm! Ja, ja, gut! Genau so raus! Genau! Geh hoch! Geh hoch zu ihm! Okay, komm! Auf geht's! Sammel dich! Und dann ballert das Ding da hoch! Und auf! Brust nach oben! Auf geht's! Und ab! Jawohl! Sehr gut! Sehr gut! Noch einige, komm! Geh schon hoch! Geh schon hoch! Geh schon hoch! Geh schon hoch! Und jetzt hoch reinlängst man! Und komm! Prost hoch! Komm hoch damit! Komm! Auf, auf! Jawohl! Und komm! Jetzt schiebst du! Komm, schiebst du! Jawohl, gut! Ab! Und ab geht's! Keine Zeit verlieren! Sieben! Drei! Und los! Weitere! Schieb! 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 Und zwei! Komm! Und zurück! Arbeiten! Komm! 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 Auf jetzt! Schieb! Jetzt mit Push! Mit Push! Das rottet richtig runter! Ja, super! Und jetzt mit Push! Ab! Super! Komm! Ab! Komm! Ab! Komm! Hoch damit! Komm! Gib jetzt nicht auf! Jetzt zieh durch! Hoch damit! Mit der Hüfte! Mit Kraft! Roll rüber! Jetzt doch mal genau so! Atmen und weiter! Auf! Schön! Squatze das Ding! Start! Auf! Komm jetzt! Komm jetzt! Komm jetzt durch! Easy! Sehr schön! Los! Schieb! Und nochmal! Komm, du hast noch Zeit! Dann hol dir noch den Punkt! Ja, ich bin schon drin, Mann! Hol den Punkt noch! Ja, ich bin so fast drin! 20 Sekunden! Noch 40! Komm! Weiter, Junge! Was ist los? Jetzt zieh das Ding durch! Komm! Wenn du nicht krankst, dann komm! 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 Weiter, weiter, weiter! Komm jetzt! Komm jetzt! 30 noch! Zieh durch! Und mit der Hüfte! Und mit der Hüfte! 20 Sekunden! Komm! Versuch nochmal schnell! Komm jetzt! Mach das für dich! So, nach einem erfolgreichen Auftakt stehen jetzt hier die Brillenschlangen. Man muss ja dazu sagen, jedes Team hat sich einen Nickname gegeben oder einen Spitzname. Die Jungs sehen fit aus und die Jungs sehen aus, als hätten sie Bock! Oliver, was sagst du dazu? Ja! Den Viktor kenn ich ja schon! Ja! Viktor kann beißen! Viktor? Viktor ist äh... Ja! Ja! Da ist Bienen-Power dahinter! Oh ja! Dann sag ich, wir sehen uns in sechs Minuten! Wir sind in sechs Minuten! Viel Spaß, Jungs! Haut rein! Danke! Vielen Dank! Viel Spaß! Ihr wisst alles! Thor, Team 2, voll! Athleten bereit? Jawohl! Dann auf mein Signal! Gib alles! Drei, zwei, eins! Start! Komm! 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 Und jetzt da drauf und runter! Runter! Komm! 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 Weiter Viktor! Komm! Komm! Halt fest! Du musst doch einmal! Der Bikeiro oi! Lass die Scheiß-Scheiße zu! Komm! Komm! Auf! Ab! Achtung! Achtung! Auf geht's mach! Keine Zeit für mich! Achtung! Komm! Achtung! Komm! Das ist so ein Traum, das ist so ein Rosthoff. Komm! Das ist so ein Rosthoff! Am Rosthoff! Ja! Jawoll! 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 Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Jawoll! Schieb mit den Beinen! Alles gut! Auf geht's! Mit der Hüfte, Schwung nach vorne. Und die Beine zur Unterstützung! Jawoll! Jetzt schieb mit den Beinen runter! Noch ein bisschen! Ab! Jetzt atme kurz! Jetzt atme kurz! Atme! Der ist jetzt schwerer! Auf geht's! Guck nach oben! Auf geht's! Jawoll! Schieb mit den Beinen! Schieb mit den Beinen! Komm Max! Komm Max! Komm! Komm! Alles gut? Ja! Komm jetzt! Komm ein bisschen hart, Max jetzt! Komm jetzt! Komm! Komm Schuss! Komm! Pfff! Pfff! Auf! Komm! Jaaaa! Jawoll! Und schieb! Jawoll! Pass ab! Komm Victor! Eins! Zwei! Jaaaa! Schuss! 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 Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Runter mit! Super! Schnell! Hins lehnen und raus! Komm! Sporte das so! Sporte das so! Licht runter! Komm! Und jetzt push raus! Easy! Da la go! So atmen! Jetzt musst du viel atmen! Also atmen! Atmen! Vierer! Raus jetzt die Luft! Die Kraft hast du! Ja! Komm! Richtig hoch! Super! Und jetzt richtig hin! Jaaaa! Und runter! Unter und hoch! Super! Genau so! Saure! Super! Und wieder atmen! Atmen! Auf geht's! Komm Victor! Umgreifen! Dann ist er um! Jawoll! Auf geht's! Ab! Pack richtig drum! Über die Brunnen! Und weitermachen! Stark! 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 Jawoll! Jetzt hol ihn dir! Entspann! Richtig auf den Bein! Einen Kniff! Komm! Auf geht's! Auf die Knie legen! Jawoll! Und jetzt umgreifen! Richtig von unten! Fester an dich ran! Jawoll! So ist gut! Komm! Und jetzt hüfte drunter! Jawoll! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Holt damit! Oh Max! Komm! Ja! Ja! Wo ist raus? Das Ding! Jawoll! 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 Ich mor Glung! Auf geht's Gızik Orlin! … den hast du! Komm! Dein Quatsch über! Na komm! Komm! Auf geht's. Lass ihn dein Kamerad machen! Auf geht's! Auf geht's! Das doch wollen! Drei Einführung für dich zu Riesig! Und jetzt! Auf. Hawaii! Und die 100 machst du mir auch noch. Die 100 machst du mir auch noch. 15, auf geht's. Komm Max, Einzug. Los geht's. Hände richtig drunter. Richtig drunter. Komm. Rutscht weg. 5, 2, 1, Zeit. Schönen Applaus. Oli bleibt da. Direkt Interview. Läuft? Alles gut? So Jungs, das ist jetzt aktuell die Führung. Erstmal Seelenbrecher. Wie fühlt ihr euch? Gebrochen? Nein, Spaß. Man muss sagen, die Eugen sind schon ein bisschen rot. Das ist klassisch. Das ist Standard. Man muss jetzt aufpassen, die Jungs bauen hier wieder ein bisschen ab. Hat es euch gefallen? Geil. Ich wünsche euch das in meinem Garten. So ein Baukasten für jedermanns Garten. Okay, ja mit Qualität. Oh. Wer einen bestellen möchte, sagt Bescheid. Schwedisches Möbel. So, wir richten jetzt die Stones alles wieder hin. Und es folgt Team Nummer 3. Gut gemacht. Herzlichen Besuchwunsch. Danke. So, Team Nummer 3. So, wir stehen hier mit dem Team der Große und der Kleine. Und wir haben einen Veteranen aus dem ersten Seelenbrecher von der Strongman Villa 2022. Wie? Ich mach mich noch reingern. Äh. Es ist nicht so gut Luft. Ja, aber ich habe jetzt gerade beobachtet, die anderen kriegen ja auch nicht so gut Luft. Aber du hörst dich dann ultra lustig an, weil du so kweifst. Okay, okay. Was sagst du zu deinem Teamkamerad? Das sieht ja sehr massive und sehr strong aus, oder? Ja, das ist richtig. Also ich denke mal, die Prothesen kommen nicht in Einsatz, oder? Ich hoffe nicht. Och, Mann, mach dich witzig. Guck mal, jetzt machen wir hier over the top. Wen sieht das gut aus? Das sieht sehr gut aus. Jetzt schaltet man den Turbo an. Olli, ich würde sagen, wir sehen uns in 6 Minuten. Viel Spaß, Jungs. Danke. Drei, zwei, eins, Start! Und wichtig, Zuchtkraft. Super, genau so. Benutzt deinen ganzen Körper. Komm, nochmal. Ist! Ja, Mann, genau so aufkriegt's. Komm, Kai. Komm durch. Sehr gut. Aufkriegt's, komm. Aufkriegt's, komm. Aufkrieg. Aufkrieg, aufkrieg. 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 Komm, rein. Hinten Hand hoch. Hinten Hand hoch. Hinten Hand hoch. Hinten Hand hoch. Hast du dir ein bisschen sauber. Auf geht's jetzt. Komm. Jawoll. Ab. Auf geht's. Schau nach oben, erhebe. Jawoll. Schieb bei den Beinen. Schieb bei den Beinen. Jawoll. Aufkommen. Aufkommen. Nach vorne oben, nach vorne oben, genau, schau nach oben. Hoch damit! Jawoll, und komm, hinterher, wir stehen, alles gut. Auf geht's, letzter, komm! Schau nach oben, schau nach oben. Jawoll, los, 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 weg, ein Stück zurück. Zieh doch mal richtig mit dem Arm! Auf! Einzug, dann ziehst du ein bisschen länger, jawoll. Indisch reinziehen und hochsetzen mit der Hüfte, komm! Hopp, hopp! Ja, und schieb! Jawoll, komm, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Geh hinterher, jawoll, ab! So, auf geht's, weiter, atmen! Nach oben schauen, nach oben schauen! Ja, und hoch, geh hoch, das reicht, auf geht's! Probier mal, probier mal! Auf, reihe, stick ihn mal! Zupacken, komm! Sehr gut! Und dann gehüpfen, Mann! Jawoll, beide hinten dran, jawoll! Jawoll, und jetzt, auf geht's! Und jetzt, auf geht's! Auf! Langsam! Vorsicht! 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 Versuch's nochmal! Auf! 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 Komm! Du bist deiner, fahr ab! Jawoll! Und schieb bitte die Beine, jawoll! Ab! Komm! 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 Scheißegal, ich steh wieder auf! Komm! Scheißegal, ich steh wieder auf! Scheißegal, weiter! Reingeh! Weiter, komm! Reingeh! Jawoll! Jawoll! Auf! Jawoll! Auf! Jawoll! Junge, was ist los? Jetzt gib mal Gas! Gehen wir nicht auf den Stock! Auf geht's! Und weiter, einschafften! Hopp! Wieder dran jetzt! Ist gleich vorbei, aber da musst du jetzt durch! Ja, schau mal! Sehr schön! Auf geht's! Komm, hoch damit! Komm, hoch damit! Auf! Auf! Komm! Ihr habt noch 30! Komm, gib ihm jetzt! Auf geht's! Auf geht's, komm! 1 Sekunden vor! Ja! 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 Hört dich aus, oder? Wunder, acht dich runter! Brauch! Brauch! Hebt dich fest! Hebt dich fest! Hebt dich fest! Hebt dich fest! So, ich will jetzt von dir kein Wort hören. Hey, du hast es mega gemacht. Ihr habt noch richtig was rausgeholt. Dein Teamkollege, komm gerade mal vorbei. Muss nichts sagen, muss nichts sagen. Danke. Oder sag was für die Leute, die wollen bestimmt wieder was sagen. Leute, ich hatte jetzt zweimal Corona, aber bin trotzdem hier. Und es war jetzt ein bisschen schwer zu reden, aber es funktioniert. Kommt her, probiert es aus und seid stark. So, und hier Neuling im Brecher, wird dir gefallen. Ich bin tot. Okay, aber geile Unterstützung. Setzt euch hin, ruht euch aus. Super gemacht, Jungs. Danke. Fetten Applaus für die zwei nochmal. Raclette mit Musik. Wir sind jetzt beim vierten Team mit dem wundervollen Namen Musik und Raclette. Der Maxi macht gern Musik. Und der Herr zu deiner linken kommt aus der Schweiz. Und ihr habt jetzt gerade gelernt, dass Raclette aus der Schweiz kommt. Ja, das ist fast richtig. Maxi, wirst du zu den Prothesen greifen? Wir werden es erst mal ohne probieren. Oh. Wir werden es erst mal ohne probieren. Und die Box der Schande? Die brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Da lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster. Wir sehen uns in sechs Minuten. Jungs, viel Spaß. Olli, Sie werden hier. Danke. Viel Spaß, gell? Und ihr wisst Bescheid. Auf mein Kommando. Start. Maxi, rechts, 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 rechts. Und zieh, zieh, zieh. Maxi. Alles. Hoch damit. Komm, Maxi. Ja. Das ist schnell. Gut. Super. Super. Auf geht's. Auf geht's, Maxi. Auf geht's, Maxi. Ab! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Und ab! Auf geht's! Ja! Das macht sie! Easy roll! Easy roll! Auf geht's! Jawoll! Auf geht's! Von der Matte hoch! Jawoll! 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 Atmen, mehr Atmen! Das ist schon richtig stark. Wenn es weitergeht, führt ihr. Und auf geht's, Natsi, komm! Auf geht's! Komm! Komm! Pass auf! Komm! Halbzeit, komm! Hoch damit! Jaha! Ja, komm! Super! Hoch damit, komm! Ja, komm! Hoch damit, komm! Ja! Komm, komm, komm. Komm, komm, komm! Hoch damit, komm! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Auf jetzt! Auf geht's! Komm Marc, beißt! Komm! Weiter zurück! Los Marc, wer hat's erfunden? Komm schon, auf! Jetzt hoch! Auf, jawohl, auf, sind wir! Und jetzt tief umarmen! Und hoch! Und hoch! Komm! Jawohl! Auf geht's! Die Hände drunter, richtig drunter! Jawohl! Und tief umarmen! Jawohl! Auf geht's! Auf geht's! Komm! Komm! Auf geht's! Komm! 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 Das ist wie eine Disziplin! Auf geht's! Auf geht's! Hör auf das Zeichen! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Mit Ruhe! Komm! Oder zwei mit Haft! Auf! Komm! Noch 25! Komm Maxi! Auf geht's! Drum wickeln! Und direkt reinziehen! Nicht nachdenken! 20! Komm! Komm Maxi! Auf geht's! Hoch damit! Komm! Komm! Auf geht's! Geil Mann! Geil Mann! Geil Mann! Läuft's noch! So ihr Leben! Super gemacht! Super gekämpft! Maxi! Danke dir! Maxi! Gut ab! Gut ab! Also aktuelle Führung mit drei Raps! Drei Raps haben wir? Drei haben wir! Drei haben wir! von Excalibur! Das muss euch mal jemand nachmachen! Ihr habt euch die Murmelbahn etwas erschwert! Ihr wisst warum! Ihr habt den Rambock so hinten reingerammt! Dass das komplette Gestell es nach links gezogen hat! Und dann hat's die Kugelbahn ein bisschen hoch! Also ein extra Frill Jungs! Danke für diese Show! Danke für diesen Einsatz! Hut ab! Geht euch ausruhen! Danke Dennis! Bis dann Jungs! Das war gut! Richtig! Richtig gut! Das war jetzt richtig geil! Hallo Julia! Freizeit mit! Das Team kriegst du eine Schelle! Wie kommt ihr auf den Namen? Das war der Herr Rubi schuld! Der Herr Rubi war schuld! Als wir ein bisschen geprobt haben! Dann haben wir diskutiert wie machen wir es mit den Stones! Dann kriegen wir es proben! Dann war der Hunderte auch noch! Und dann die 80 hat er geschafft! Die schaffe ich vielleicht auch noch! Und jetzt kriegst du eine Schelle! Dann machst du die 100 auch noch! Sonst kriegst du eine Schelle von mir! Super! Die Hand ist etwas lädiert! Ja! Aber nützt nichts! Ja! Muss durch! Deswegen Olli! Ich sag liebe Berlimster! Jungs! Bis in 6 Minuten! Viel Spaß! Alles klar! Viel Spaß! Drei! Zwei! Eins! Los! Komm jetzt aber! Komm! Komm reinlegen! Komm! Komm weiter! Komm! Zieh! Oh! Was? Halten! 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 Das ist groß! JaWorld! Auf geht's Jungs! Ja, komm. Ja! 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 Noch eins! Und! Komm! Komm! Okay, mit dem Balls! Sehr schön! Gut! Auf die Top! Christian! Einfach! Ja, aber, Leute! Und Stieb nach! Stieb nach! Jawoll! Jawoll! Ja! Gut! Letztes Stück! Noch ein bisschen! Noch ein bisschen! Noch ein bisschen! Eins! Zwei! Drei! Weiter! 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 Das ist ganz easy! Komm! Komm! All right! Gut! Naus! Ja! Topette! Jo! Len muss man нем immer mehr nur aufsendem! Aber! Ja! Ja. Sieht gut aus. Jetzt mit der Hand, da müsst ihr mal ein bisschen leer machen. Der macht das mit der Hand. Das ist ja gut. Raus. Raus. Jetzt schaffst du auch. Auf, Drevi. Ein Zug auf die Ziele, umgreifen. Drei Minuten habt ihr. Und Griech auf den Westkampf. Und runter. Und hoch. Ja. Ja. Super. Und jetzt schön aus den Beinen raus. Einordnen. Kriegst du den? Einmal tief Luft und hoch damit. Packst du. Komm mal auf den Himmel damit jetzt. 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 Hoch. 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 Komm. Kannst du nochmal heben, kurz? Komm, lad ihn rein. Auf geht's, komm, jawohl. Setz ihn ab und Arm ihn tief. Jawohl, sehr stark. Ab und der Nächste. Auf geht's. Schön breit greifen und... Komm! Richtig drum, jawohl. Ja! Ja! Mach das Ding da rein. Unten drum, jawohl. Ja! Auf geht's. Einer muss das Ding hochziehen. Los geht's, komm. Einer, einer. Ihr habt eine halbe Minute. Einer geht. Probier das. Einer geht. Auf mit Hass. Richtig dran ziehen. Komm! Nein! Oh nein, ich mach auch nichts mehr. Drei, zwei, eins, zwei. So, Jungs, ich will euch gar nicht lang quälen. Du hebst irgendwie die Brust. Ein bisschen gekrampft bei dem X-Kalibur. Der erste im Nacken krampft, wo ich mit der Scheißsaal angeklemmt hab schon. Sehr, sehr gute Leistung. Aber scheißegal. Ultra wichtig, dass ihr den 100er geladen habt. Also das bringt euch gut nach vorne. Herzlichen Glückwunsch, Jungs. Danke. Starke Leistung. Gut euch aus. Wir kommen nun zu Team Nr. Sechs. 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 Kurz und lang. Kurz und lang. Luis und Paul. Wir befinden uns hier mit Team Nr. Sechs. Kurz und lang. Oder lang oder kurz. Wie seid ihr auf den Namen gekommen? Haare. Wir haben uns gesehen und wussten, du bist groß, hast kurze Haare, du bist klein. Paul, du kommst aus dem Football. Ja. Bist jetzt wie lange in der Strongwind Szene? Vier Monate. Hoppla. Und du? Ich bin blutiger Anfänger. Ich bin das erste Mal hier. Das erste Mal ins Dorn gehoben heute. So. Deswegen will ich nicht hören hier, oh ich muss noch 46 Jahre trainieren, um auf der Eisendschungel zu kommen. Oder auf die Burg oder auf die Villa. Die Jungs beweisen euch jetzt, dass es einfach so geht. Wenn man ein bisschen Herz und Mut hat. So. Lang gequatscht. Viel Glück bis jetzt in sechs Minuten. Olli Siegern dir. Kredenzmus. Auf mein Signal. Viel Spaß. Los. Auf Paul. Komm. 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 Komm damit. Komm. Sehr schön. Sehr schön. Halten. 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 Easy. Easy. Atme. Atme. Auf geht's. Rennt bisschen. Steiner. 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 Komm. Steiner. Ab! So, komm, jetzt lassen wir da ein bisschen fett nach, jetzt komm. Komm jetzt, komm, komm. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Ab! Ab! Ab, ab! 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 So, noch ein bisschen. Ab! Ab! Sag, mach, komm! Ab! So, noch ein bisschen! Ab! Bade! Ab! Ja, aber unten auch schief. Noch ein bisschen. Ab! 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 Naja, das ist richtig, ne? Ab! Gibt, gibt, gibt! Huuuuh! Auf geht´s, auf geht´s! Jawohl! Mega stark! Auf geht´s! Auf geht´s! Jawohl! Und rein in die Press! Komm! Auf geht's! Jawohl, dran, jawohl, super! Hopp! Auf geht's! Jawohl, hast du! Auf geht's, letzter, komm! Komm, letzter Stein für dich, auf geht's! Jetzt hebt das Scheiße! Auf geht's, komm! Komm, komm, komm! Auf geht's! Jetzt gibt's den Hund! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Oh, komm, und der fliegt jetzt über Kopf! Einmal noch! Und ab! Ja! Komm, komm, komm! Rein mit dem Ball! Ja! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Das gibt noch ein Thread. Das geht, Paul! Ich bitte, ich bitte nicht zu ernst, da geht's weiter runter. Einmal richtig drunter, komm! Du lässt dich ein bisschen nach hinten. Komm, mal! Ja! Komm, mal! Geht hart, komm jetzt! Aller guten Dinge sind frei! Hoch damit jetzt! Und schieb! Komm! Jawohl! Und ranpressen! Jawohl! Super stark! Ab! Los, komm! Der Hunder, der geht auf! Hände richtig drunter unter den Stein! Jawohl! Und ziehen in dich rein! Yes! Runter! Tiefer greifen! Komm! Greif ihn richtig tief! Er muss nur hoch! Jawohl! Auf! Auf Jungs, ihr habt eine Minute! Komm! Eine Minute! Eine Minute! Komm! Eine Minute! Komm, zieh! Nur 10! Auf geht's! Komm! Komm! 40! Was verliert die Eskalation? Ja! Auf geht's! Auf stehen! Pff! Verstehen sie! Vorsicht, Packe! Vorsicht, Packe! Vorsicht, heiß! Komm! Auf geht's! Ich will nur auf stehen! Komm! So locker wie die Steine gehen! Du hebst den auch hoch! Komm! Auf geht's! Komm! Auf geht's! Komm! Ja, da kann sie! Mega! Da geht noch einer! Zieh ihn da! Zieh! 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 Bleib nicht mit den Hacken rein! Aus! Zeit! Interview! Ach komm! Oh Mann! Das war... Paul, Luis kommt gerade mal in die Mitte. Ja. Da kommt noch der Olli. Also... Vorsicht, Feuer bitte! Eine Show vom Feinsten. Luis, diesen Namen werde ich mir merken. Geil! Also wie du diese Steine... Du sagst dir, ich habe noch nie Stones bewegt. Ja. Dann hebst du die mit so einer Genugtuung. Mit so einem... Herrlich! Das ist toll! Das Ding mit der Viking Press. Das hab ich gefuchst! Delicious! Delicious! Ey, der eine... Zwei Reps hat der? Einen? Einen Rep! Das wird euch mächtig hochschießen! Mega Show! Mega Leistung! Richtig geil! Oder sag doch den Leuten, wie ihr euch fühlt oder wie ihr es dann vorstellt. Geil! Sagst du noch was zu den Followern und Abonnenten? Irgendwas, Paul? Glocke klingeln, abonnieren, whatever. Mega geil! Verpasst das nächste Mal nicht, wenn das ist. Es macht einfach nur Spaß. Das haben wir doch geil! Warte sagen, nächstes Jahr wiederkommen. Ja. Das sowieso. Luis, haben wir dich jetzt angefixt, oder? Ja, glaub schon. Warte sagen, das war jetzt wirklich geil! So, wen haben wir jetzt? Das war jetzt kurz und lang. Jetzt kommt das Krokodil und sein Nilpferd. Oh, das sieht auch interessant. Da verspreche ich mir ein bisschen was von. Wenn man einen Spitznamen raussucht, also... Das ist... Von dem Krokodil oder vom Nilpferd? Das ist... Von Weisen. Es ist der Maddin. Es ist der Maddin. Das Krokodil und sein Nilpferd. Ein Titel aus meiner Kindheit. Maddin. Ja. Zu dir muss ich nichts mehr sagen. Ein Vorbild für viele. Danke. Und jetzt hast du noch den Jakob an deiner Seite. Ja, ich denke, wir machen hier heute Total Annihilation. Wir probieren es immer. Also. Wir sehen uns in sechs Minuten. Beglückung. Haut rein. Komm. Eins. Start. Auf Martin. Seil. 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 Ja, stark. Komm Martin. Sehr schön. Komm. Mach. Mach. Es ist safe. Es ist alles safe. Mach. Es ist safe. Komm schon. Sehr geil. Ab. Komm jetzt Jakob. Aus. 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 Noch ein bisschen. Aus. 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 Gib's dem Jens! Mach den Platz nicht! Mach den Hand los, du meiner Bitch! Na, na, wo rein? Mach den nass jetzt! Los! Komm jetzt! Los! Auf jetzt, komm's! Ja, ja! Ja, ja, ja! Jawoll, 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 jawoll! Jawoll, jawoll, jawoll! Jawoll, jawoll, jawoll! Komm, zieh, noch ein bisschen! End, ab! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Weiter, weiter, komm! Locker, locker, easy! Jawoll, 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 jawoll! Jawoll, jawoll! Jawoll, jawoll! Jawoll, jawoll! Wenn ich schon mal hin, Marens! Komm, aus! Nase ein, mutter aus! Komm, hoch damit! Komm! Komm, Martin, geht krass! Schön, Achtung, sieht super aus! Krass! So, komm, weiter geht's! Ihr schliebt jetzt! Das geht nicht! Martin, mehr atmen! Atme nicht den Rauch! Jawoll, Jakob! Hoch die Scheiße! Komm! Rauch, komm! Rauch, komm! Rauch, komm! Komm, Martin! Komm, Martin, rein! Rauch, Martin! Auf, Martin, Einzug! Ja, Maunke ist locker. Richtig drunken. Feste! Feste! Jawoll! Tief umarmen! Und hochkommeln! Jawoll! Komm! Reiße! Komm, konzentrier dich, Martin! Umarmen tief, wenn du ihn umarmen! Feste zieh! Der geht locker! Jawoll! Jetzt atmen und konzentrier dich! Richtig ranpressen! Und drauf damit, komm! Jawoll! Komm! Komm! Komm jetzt! Komm! Hoch da rein! Komm! 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 Ja! Komm, Martin, auf! Langsam! Ich muss ein bisschen schnaufen! Was ist das? Jakob, mach die zwei rein! Mach nicht lang rum! Mach die zwei rein! Moment, Moment! Einer nach dem anderen! Auf geht's! Auf geht's! Komm! Komm, Jakob! Jawoll! Eine Höhe jetzt! Ja! Auf! Hände richtig drunter! Und zupacken! Ja, man! Jawoll! 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 Komm, Mann! Komm! 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 Auf! 45, komm! Auf jetzt, Leute! Leute, keine Zeit! Nichts lang rumkummeln! Mach doch einfach, komm! Auf, raus damit, komm! Reiß dich! Komm, 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 komm! Hoch damit jetzt! Komm, Martin, ist deiner jetzt! Komm, ist deiner! Komm, Martin, 20! Los, jetzt hoch damit! Auf geht's! An! An! Oh! Ja, Jakob! Jakob, mach einfach! Aber es ist schlimm! Nicht schlafen den Tag auf! Komm! Okay, okay! Vier, drei, zwei, eins! Ich würde sagen, wir haben hier zwei Talente für den Strongman-Sport. Einmal den Martin für Ü50. Richtig! Hut ab für diese Leistung. In dem Alter können sich einige in der Scheibe von abschneiden. Und da haben wir hier den Jakob, der quasi die Steine nur so durch die Gegend wirft. Also ich hoffe, du bleibst bei diesem Sport und greifst da auch mal an, ne? Gefetzt! Macht der! Mega Leistung! Was sagt ihr zu dieser Version des Seelenbrechers? Obwohl eine Aufgabe mehr zu bewältigen war, war es noch geiler als auf der Villa. Ja, das freut mich zu hören. Dennis, danke für diese Leistung. Es war unser Fest! Es wird weiterhin noch ein Fest geben. Also wir kommen nun zum Team Nummer sieben, wenn es mich nicht täuscht. Nein, das war sieben. Wir kommen zu acht. Die Adiletten. Tim und Sören. Wir haben hier das Team Adiletten. Hinter uns windet es schon. Es könnte sein, dass uns Unwetter überrascht. Aber wir ziehen durch. Bestimmte Strategie? Vollgas. Vollgas. Ich will euch nicht stören. Wir sehen uns in sechs Minuten, Jungs. Viel Glück. Viel Erfolg. Drei, zwei, eins, Start! Ja, drei, zwei, sie, zieh! Komm, ab geht's! Jawoll, die Steine! Jawoll. Jawoll, zieh! Jawoll. Noch, noch! Ja hast du, halten! Halt, halten, halten! Hope on! Ab geht's! Nicht auf dem anderen Team! Wo? Ja555, watt, watt, watt! Komm, komm, komm! Ab! Ruhig, ruhig! Jawoll! Jawoll! Schmied und wahrscheinlich auch! Jetzt kommt rein! Jawoll! Auf geht's! Scheiße! Konzentrier dich! Ruhig! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Jawoll! Richtig stark! Das ist easy! Komm! Oh! Mit dem höchsten Schwung! Tim fippt den an! Ja genau! Und jetzt hoch damit! Komm! Komm! Ah! Ja genau! Schippt den beiden hinterher! Gut! Gut! Jetzt atme kurz! Berg hoch und hol ihn hier auf die Position! Komm! Komm! Und jetzt dasselbe nochmal! Huah! Fertig! Prost! Auf geht's! Konzentrier dich! Komm! In einem! Po runter, Brust hoch und komm! Zug! Und jetzt! Du musst ihn anwippen und dann hochziehen! Sipp ihn an! Wie eben gerade noch! Ja! Ja! Mit den Beinen von hinten ab! Ja! Mach's von oben! Zieh ihn von oben an! Ein Stück zurück! Richtig an! Anheben! Eben an! Eben an! Stell ihn ein Stück zurück! Alter! Alter! Du musst den Ambros ein bisschen zurückschieben! Du bist zu nah an! Nächste hin, Alter! Daaaaaaah! Oh! Oah! Oh! Fuck! Aaaaaaaah! F**k! F**k, Alter! Holt euch die Teile, wenn ihr braucht! Hä? Die Teile, wenn ihr braucht! Wie viele Teile haben wir? Zeit! Daaaaaah! F**k! F**k! Ich hab doch drei Minuten gehabt. Habt ihr ihn nochmal an! Komm jetzt! Komm jetzt! Jetzt richtig exklusiv! Das Ding fliegt jetzt da hoch! Da steht ne Kamera! Ah! 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 Zieh durch! Ah! Ah! Komm mal! Komm! Ah! Ah! Das steht ne Kamera! Und los! Komm! Ah! Ah! Lass die Arme lang! 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 Und jetzt schau hin wo du bist! Schau hin! Ja! Also gut! Komm! So! Pinch Grip! Beide eine! Wie du willst! Kannst du einen nehmen? Nee! Ach nee! Ja, ja! Nice! Machen wir jetzt! Nimm auf! Geht's direkt jetzt! Go! Du setzt den Amboss da hoch! Oh, fuck! Weiter mit dem Granitplatz! Lass ihn erst den Amboss machen! Nehmt die Prothesen! Auf geht's! Setz uns auf! Ja, wir hätten zurück! Oh! Schie! Ja! Ja! Schie! 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 Noch ein bisschen! Noch ein bisschen! Noch ein bisschen! Schie! Noch! Schie! Ab! Nice! Nur 10 Sekunden! Schie! Echt, Brot? Fein! Zieh du! Auf! Komm jetzt! Geht ihr hoch! Auf! Geh ab! Und hoch! Ja! Ach! Schie! Mach die noch! Mach die noch! Mach die noch! Zeig! 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 Wettergewicht an das Seil! Ja! Ich hole den Sack! Du holst den Sack! Und dann? Danach gehen wir in die Powerstairs! Danach kommt ein Unwetter! Dann ihr beißt euch trotzdem durch! Sechs Minuten haben wir noch! Sechs Minuten haben wir noch! Spaß Jungs! Wir sehen uns in sechs Minuten! Drei! Zwei! Eins! Start! Auf geht's! Türe sieh! Jawoll! Ist! Halt! Halt! Du musst halten jetzt! Super! Auf geht's! Lauf! Ich schaue mir jetzt früher! Ja! Ich sag dir Bescheid! Komm! Auf geht's! Komm! 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 Auf geht's! Lose! Komm! Oh! Komm! 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 Noch ein bisschen! Noch mal! Noch mal! Willst du rübergeschoben? Ab jetzt, danke. Entschuldigung. Alles gut. Er ist leichter als das Einhandgewicht. Schön. Jawohl. Sehr schön. Und noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Zu. Eine. Jawohl. Komm. Noch mal. Auf geht's. Genau so. Hochziehen. Richtig rausziehen. In den Lockout. Beide rein. Jawohl, so ist richtig geil. Auf geht's. Richtig drüber. Ja, ab. Sehr gut. Fertig. Drei. Zwo. Ab. Meist drauf. Auf geht's. Von der Matte raus. Jawohl. Ab. Easy. Gerade. Komm. Runter. Ab. Tief umarmen. Und dann mit der Hüfte drunter. Und zu. Jawohl. Ab. Super easy. Das ist jetzt sehr gut. Push durch. Ja, ist gut. Langsam. Ja, Mann, du steil. Das ist fast Buddy. Da geht's mal noch was. Komm, was schafft's. Ja, das schafft's. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Ja, voll. Jawohl. 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 Fang. Jawohl. 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 Geh noch mal ran! Der geht genauso! Jawoll, und jetzt geh runter und arm ihn tief. Komm, komm, komm! Auf! Und ran! Weg! Feste! Feste drum packen! Jawoll! Auf! Auf! Ja, mega! Ja, mega! Komm, hopp, hopp, hopp! Ja, komm! Oh, 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 oh! Mega! Auf! Hol ihn schon hin! Hol ihn eben hin! Jetzt ruhig, Einzug! Beide Steine durch! Beide Hände drunter, locker! Auf geht's! Jawoll! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Gasleicht! Auf geht's! Richtig drum packen! Richtig feste Zupacken! Komm! Auf geht's! Auf geht's! Geh dich! Mit der Hüfte! Auf geht's! Auf geht's! Ja, ist leicht! Zieh durch! Komm! Komm! Komm, komm, komm! Mach das Körbchen dran! Konzentrier dich nicht mal auf die Hände! Zehn! Komm, komm, komm! Ein Pull! Komm, fünf! Ach, Scheiße! Komm! Ja, das war gut! Oh, der Mensch! Zeit! Schade! Schade! gentlemen, starke Leistung! Rasmus, ich will dich öfter sehen bei diesem Sport! Ja, mach mal! Also mega, also Dynamik, alles und du musst ja auch sagen, für dein Körpergewicht, deine Größe, richtig was rauskommen, weil die Stones, die haben eine richtige Höhe zum Laden. Hut ab, Jungs. Geht euch ausruhen. Jetzt holen wir die nächsten. So, Nummer 10, Team Amor. So, jetzt kommt das Team Amor. Das ist der Amon und der Moritz. Und ich glaube, dieser Team-Namen ist eine Kombination aus beiden Namen. Da stehen es auch schon. Jungs, geht auf die Stadtposition. So, ihr zwei. Ich habe euch jetzt über ein paar Tage kennengelernt. Ihr seid sehr stabil, sehr stark, sehr flink und ausdauernd. Ihr seid eigentlich die perfekte Kombi und wo eure Namen gezogen wurden, dass ihr im gleichen Team seid, muss ich sagen, ihr seid jetzt mein Favorit. Deswegen, wir sehen uns in sechs Minuten. Wie gesagt, der da oben ist mit dir, gell? Viel Spaß. Auf mein Signal. Drei, zwei, eins, Start! Komm, moritz! Komm! Komm, auf geht's, komm! Easy! Ab! Komm Jungs, sauber arbeiten. Ab! Ab! Jawohl! Noch ein bisschen! Ja, 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 vor den, vor den! Ja, gut, gut, gut! Ohne Atlas. Auf geht's, komm! Seid rechts. Weiter geht's. Ab! Noch einer, haut ganz drüber damit! Jawohl, ab! 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 Jawohl! Ab! 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 Jawohl! Ab! 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 Of Schlürfen! Ab! Ab! Go, go, go! Ganz entspannt, konzentrier dich. Greif feste drum. Feste. Jawohl, genau. Jetzt richtig dran ziehen. Komm, hol dir raus. Auf geht's. Helft euch, macht das zusammen. Hier könntest du zwei da dran. Hände unter den Steinen. Richtig drunter. Am kurzen Prozessor ist zu stark. Jawohl. Und jetzt Hüfte drunter. Ja, auf. Sehr schön. Komm, komm, komm. Auf, Roy. 1,45. Auf geht's. Komm. Auf geht's. Komm. Auf geht's. Vier Stück. Komm. 1,30. Komm. Ab hier, Mann. Komm jetzt. Auf, weiter geht's. Komm. Ab. Auf geht's. Komm. Minute zwei. Sehr gut. Auf, komm. Ab. Sehr geil. So. Auf geht's, komm. Auf geht's. Noch 1,50. Komm. Hey, jetzt wird gleich. Jetzt komm. Auf, zieh durch. Einfach, auf jeden Fall. 45. Komm. Komm. Noch 1,50. Komm. Komm. 30, komm. Auf, komm. 30. Drei Stück. Komm. Auf, komm. Auf geht's. Komm. Los. 1,50. 1,50. 1,50. Jawoll. Noch 1,5. Noch 1. 5,5. 5,5. Komm. Let's go. Auf geht's. 10,1 Zug noch. Pass. Pass. Komm. 1,50. 1,50. 1,50. Jawoll. Geil. Hey, komm her! So, gentlemen, herzlichen Glückwunsch, das ist die Führung. Ich hab ja schon gedacht, dass ihr mal Favoriten seid und so. Ich würd sagen, alles richtig, obwohl ihr hier und da ein paar Fehler gemacht habt, die ihr gestolpert seid. Trotzdem herzlichen Glückwunsch. Megashow, Megaleistung. Jetzt holen wir die nächsten. Ich hol mal ein Wasser. Was denn Wasser? Mein Wasser, ja. Ja, hol mal dein Wasser. So, ihr zwei. Handkäs und Fondue, Vollgas. Wir sehen uns in sechs Minuten. Ich mach grad entlang, Stößel ist in Action. Jungs, auf mein Kommando. Dann starten. Drei, zwei, eins, Start! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Raisen, komm hochsameln! Aush! Hey, Lands! Komm Daniel, auf geht's! Komm Daniel, auf geht's! Komm, 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 komm! Oh, lauf! Komm, Feuer, es geht! Auf, auf, auf! Lässt es, lässt es! Auf! Getlitz, los! Und auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Komm, komm! Ruhig! Ruhig! Drei saubere Züge, komm! Ja, komm! Noch ein bisschen, noch ein bisschen! Ab! Auf! Auf! Schön! Komm, komm, komm! Hat sie! Jawoll! Noch ein bisschen! Geh hoch! Weiter! Auf geht's! Komm! Komm! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Sehr schön! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Ja, genau! Komm! Mal ist Cario! Und fest! Und fest! Jawoll! Jawoll! Auf geht's! Komm! Auf geht's! Auf geht's! Komm! Auf! Schön! Auf! Und auf! Der Röse an dir, sauber! Auf geht's, komm! Los, der Röse! Los, der Röse! Komm, auf geht's! Ja, komm! Ja, komm! Ja, komm! Fuck, einer kommt! Komm, geht's, komm! Komm, geht's, komm! Lade den Konig aus! Los, Daniel! Das ist nur Cardio! Spielzeug! Ja! Komm! Sehr geil! Komm! Konzentration jetzt! Komm! Komm! Jetzt ganz langsam! Komm! Komm! Fester Zug! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's, Stöffel! Komm! Ja, super! Die Wim! Und... Hoch damit! Komm, auf! Jawoll! Jawoll! Rein damit! Oh! 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 Oh, Bolzler! Komm! 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 Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's, konzentriere dich. Auf, feste Zupacken. Jawoll, ab. Machen. Aufstöße. Richtig zupacken, die Hände richtig drunter. Jawoll. Auf geht's. Und zu. Komm. Da, 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 da. Nimm das Zeug. Hopp, hopp, hopp. Fack zu. Auf geht's. Richtig zupressen. Komm. Unter das easy. Jawoll. Auf die Tür. Jawoll. Tief umarmen. Tief drunter. Jawoll. Auf geht's jetzt. Rechtskalibur. Eine Minute noch. Komm. Komm. Auf, Mann. Komm, Daniel. Komm. Füß von Dün. Komm. Zieh mir die Dinge weg. Auf geht's, Leute. Komm. Komm, Gas. Gib mir. Hopp. Weiter geht's. Komm. Nicht nachdenken. Komm. Mach noch zwei. Gib mir. Komm. Auf, die gehen locker, Daniel. Komm. Auf, die gehen locker, Daniel. Komm. Auf, komm. 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 Zwei noch. Komm schon, Daniel. Du hast noch 15. Komm. Sauber. Gib ihm noch einen. Komm. Jetzt. Gib ihm noch einen. Gib ihm noch einen mit jetzt. Komm. Ja. Noch einen. Eins. Eins. Zwei. Eins. Sauber. Bistig geil. Mein lieber Mann, was du da haben, Detlef rausgeholt hast, das ist verordentlich. Ihr seid, Achtung, leider Zweiter. Egal. Weil die anderen die fünfte Rap ein bisschen schneller gemacht haben. Aber Stößel ist das der Fein gemacht. Sie steigern sich von Mal zu Mal. Du hast einen guten Partner. Glückwunsch. Glückwunsch. Das muss jetzt erstmal wieder jemand nachmachen. Ja. Jetzt haben wir noch ein Team. Sau stark. Ich geb dir einen aus, Daniel. Jetzt haben wir Team 12. Team Bavaria. Team Bavaria. Oh, Heinz. Da müssen wir an Heinz. Heinz, komm mal kurz. Geil. Scheiße. Jetzt kommen deine Jungs. Jetzt müssen wir an Heinz ins Bild holen. Wir haben hier den Ehregast, den Heinz Ollesch. Heinz, komm mal kurz hier für YouTube. Wir kommen nun zu Team Bavaria. Und das haben die deine Jungs, oder? Ja, jetzt wird's brutal. Jetzt wird's brutal. Ja, okay. Wie viele Raps sehen wir am Excalibur? Was sagst du? Ich hoffe, dass du bis dahin kommen. Aha. Jetzt stapelt er aber wieder. Wir sind Drittliga-Athleten. Ja. Und wir wollen uns jetzt nicht zu sehr unter Druck setzen. Wer weiß, aber der Kriegel, der steckt voller Überraschungen. Ja, ja. Der steckt voller Überraschungen. Und den Namen kennen sie noch. Ja, und der Martin ist ja auch schon lange dabei. Der ist erfahren. Ja. Schauen wir einfach mal. Schauen wir mal. Der Martin reicht alles weg. Wünschen wir Ihnen viel Glück. Ja. Und dann, Jungs machen wir vor ein Interview und dann geht's los. Viel Glück. Ich bin da. Und der Heinz, da gibt's die Tracht Prügel, wenn das nicht aus ist. Nicht im Stich. Ja. Außer ihr macht Scheiße. Erwatschen. Ja. So ihr Lieben, wir haben hier Team Bavaria entsandt von Heinz Ollisch persönlich, um durch den Seelenbrecher zu gehen. Nicht nur gehen, sondern ihn zu vernichten. Jungs, wie sieht die Strategie aus? Ich bin am Eisengolben. Jawohl. Kollege macht Viking Press. Jawohl. Parasers haben wir uns schon mal vier aufteilt. Ja. Und Trommel. Ja, ja. Wirklich haben wir mit viel Glück. Bis in sechs Minuten, gell? Ja. Jungs, haut's rein, gell? Und macht's dem Heinz kein Schanden. Kommando. Drei, zwei, eins, start! Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Kim, noch zwei Züge. Auf geht's. Was? Hast du, hast du. Halb, halten. Auf geht's, komm. Komm jetzt. Nicht sexen, machen jetzt. Jawohl. Hoch damit. Ja, festhalten. Auf geht's. Kommt, noch ab. Super. Sehr stark. Ab. Weiter, weiter. Auf geht's. Komm. Dritte Liga-Pawatt. Top. Top. Hör, 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 hör. Ja. Vorsicht, vorsicht. Jawohl, gut. Ab. Komm. Ruhig. Ein bisschen zurückdrehen, bloß kurz. Bisschen höher, bisschen höher, bisschen höher. Bisschen höher, bisschen höher. Bisschen höher, bisschen höher. Noch Luft, noch Luft. Ich rück mal hier. Ja. Schieben. Komm. Komm, komm, machen 40 prozess eine. Mach den kurzen prozess. Ja, schieben, schieben. Noch ein bisschen. Lumyé, komm. Komm, dann. Achtung. Schüttgmat gewinnig. Arschung. Auf geht's. Auf geht's. Komm Martin, der geht schon! Alles kein Problem da! Komm Martin, komm! Smash das Ding hoch, smash das Ding hoch, komm! Komm, hoch, direkt hoch, komm! Jawohl, easy, sehr schön! Auf geht's, hopp! Hopp! Beiß! Jetzt musst du beißen, sehr gut! Stark! Ein bisschen schnell! Schiebt das Ding raus! Und raus! Oh, push! Komm, push! Ja, ist gut! Sehr gut! Auf, Miguel! Komm, schön reinladen! Hopp! Einfach zur Weiterschaft, Jungs! Seid schnell! Das ist unvermacht, ey! Rauch! 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 Easy! Super! Auf geht's! Komm! Fest zupacken! Komm! Pack ihn dir! Jawohl! Und Hiet runter! Jawohl! Komm! Komm! Jawohl! Komm! Komm! Sehr, sehr schnell! Keine Fehler bis jetzt! Komm, Martin! Komm! Komm, Martin! Jetzt nochmal, egal! Komm, Martin! Es geht ja! Martin, komm! Ein letzter Stein, dann habt ihr es doch geschafft! Komm, Martin! Und nochmal ran! Aus dem! Komm, gib Gas, Junge! Schaffst du! Schaffst du! Weiß ich! Kein Spaß mehr! Los ihr! Komm! Oh, Micha! Micha, komm! Rauch den Stein hier weg! Ich baller den jetzt hier hoch! Kein Problem für dich! Ja, stark! Roll dich auf die Knie! Roll dich auf die Knie! Runter, runter! Super! Ja, Peter! Ja, ja, ja! Komm, Stein holen! Stein holen! Komm, aus! Schaill, Gase ein und aus! Gib dir ein bisschen Ruhe! Sonst ist dran! Komm! Jetzt noch eine Minute! Jetzt nicht ganz lang! Tübing! Komm! Eine Minute! Letzter Versuch! Sonst ist dran! Komm schon! Wie Martin! Geh den Training auch runter! 2, 1 und ran! Warte, komm! Ran jetzt! Letzte Minute! Komm! Das gibt noch mal alles! Hol noch mal alles raus! Jawohl! Ja, irgendwie! Ja! Auf! Wickelstein und Draht! Auf! Wickelstein und Draht! Wickelstein und Draht! Wickelstein und Draht! 40 Sekunden! 20 Sekunden! KerΛ Wickelstein und Draht WIB lacht 20 Sekunden Der Kerb snatch Der Kerb exports 5, 3, 2, 1, das tut So ihr Lieben, wir kommen nun zu Teamnummer, jetzt kommt der Regen, breit gebaut, braun gebrannt, 100 Kilo Handelbank. Ich sag dazu gar nichts mehr, ich sag einfach viel Glück, wir sehen uns in 6 Minuten, jetzt kommt der Regen. Dankeschön. Rock das Ding, gell? Abmarsch. Athleten bereit? Ich gebe alles. Jo. Komm. Start in 3, 2, 1, go. Komm, bist du ein bisschen passbar? Hobe damit, komm. Zieh, 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 zieh. Zieh, 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 zieh. Zieh, zieh, komm. Zieh, Junge. Hobe damit. Weiter. 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 Robe damit. Dann werden... Zitul laufen sie. Guck mal. Holt er einfach! Du hast chia皇ischbildung. думte, wütend ist oder ich resonance. Ab��� daten wir den 3 pointanten 검 radiationάλagen nehmen. Tuck mal nicht. Jawoll, Florian, komm. Bleib gut, was du da hängt! Komm! 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 Komm, Florian! Komm! 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 Auf geht's jetzt! Fuck! Geht! Komm! Ja! Komm Florian, komm! Brauchst du ein Handtuch? Komm, hoch und zurück lehnen! Komm! Komm! Mach so, du hast die Power! Scheiße! Auf geht's! Wo ist der Scheiß? Okay, komm! Ja, jetzt die Beine dahinter! Jawohl, richtig stark! Komm! Und hoch! Komm, und nochmal! Du hast die Power! Hoch damit! Komm! Ja! Beine dahinter! Kannst du! Jawohl! Und jetzt skip ihn! Schwing ihn durch! Und Nase vorne holen! Komm! Ja! Und die Beine dahinter! Komm! Komm! Der ist schon drauf! Ab! Ab! Pass auf den Sack! Komm! Schwing ihn einmal ein! Gerade hoch! Stand lüften! Und schwingen! Ich komm nicht ran! Ich komm nicht ran! Ich komm nicht ran! Verfickte Scheiße! Komm! Geht schon! Geht schon! Geht schon! Zieh ihn weiter vor! Zieh ihn weiter vor! Zieh ihn weiter vor! Und schwing noch mal! Und lass ihn dann mit der Nase vorschwingen! Komm! Hochheben! Komm! Hochheben! Komm! Hochheben! Komm! Hochheben! Hochheben! Aufpackst du! Ja! Ja! Geh hochziehen! Geh hochziehen! Geh hoch mit ihm! Geh hoch! Die nächste Stufe ist nicht mehr so hoch! Und direkt hoch! Direkt hoch! Komm! Direkt hoch! Und jetzt hoch damit! Zuerst aufstellen! Voll hoch! Zuerst gerade hoch! Komm! Gerade hoch, dann schwingen! Komm Florian, geht schon! Komm! Komm Florian, komm! Gerade aufstellen! Einmal durchstehen! Hoch damit! Komm! Hoch! Und schwingen! Komm mit! Schwingen! Schwingen! Schläckst dir mal unten gegen! Ja, weil ich gegen den Ranzen komme, man! Scheiße! Schieben weiter nach hinten, schieben weiter nach hinten dann den Block, den Amboss! Immerhin weiter hinten! Du hast alles fertig! So, ja! Jetzt nimmst dir nochmal Magnet hier dran! Fuck! Nicht fuck! Nicht aus, nicht durchdrehen! So, auf geht's jetzt! Komm! Mach den! Jetzt schon! Hochziehen und nach hinten legen! Das war knapp! War so auf die Scheiße! Zehenschwitze zu gehen! Komm jetzt! Hochziehen und hochziehen! In den Bauch reinziehen! Und dann nach hinten legen! Komm! Komm! Hoch! Und schwingen! Ja! Geh hochziehen! Geh hochziehen! Stuck ihn ein bisschen vor! Nur ein bisschen! Das war's! So, jetzt das Gleiche nochmal! Florian! Hochziehen! Hoch und nach hinten lehnen! Der war ganz knapp! Der war ganz knapp! Der war ganz knapp! Auszukommen! Oh fuck! Jose! Komm! Komm schon! Mach den fertig jetzt! Komm! Mach den fertig jetzt! Komm! Komm Florian! Zeit! Zeit! Komm Jan! Oh fuck ey! So, wir kommen nun zum letzten Team! Das Team Third Leg! Interessanter Name! Wie letztes Jahr! Habe ich schon mal gehört wie letztes Jahr! Ich wünsche euch viel Glück! Ihr seid das letzte Team! Ihr wisst ganz genau was ihr machen müsst! Wo landen wollt! Wir sehen uns in 6 Minuten! Bis gleich! Danke! Drei! Zwei! Eins! Start! Und ab Marcel! Wir machen das! Komm Marcel! Komm Marcel! Auf Mopke! Ja! Easy! Komm! Hoch damit! Komm! Komm! Hoch damit! Noch ein Stück! Noch ein Stück! Und halten! Halten! Komm! Jetzt musst du halten! Romm Planning Kai Transit. Auf gehts! Komm! Lauf gehts! Los, los, los! some! Komm! Up! Alles Mario! Up! Komm! Auf geht's! Easy! Und jetzt von hinten die Beine. Komm! Komm Marcel! Es gibt kein Aufgeben! Die erste hast du geschafft! Also machst du die zweite auch! Atme! Komm Marcel! Du kannst atmen! Ja! Du schaffst das! Das ist gar kein Problem! Wenn du die erste geschafft hast, schaffst du auch die zweite! Und die ein bisschen zurück! Ein bisschen zurück! Jawohl! Sehr gut! In den Bauch rein! Und dann hilfst du vor! Wir schaffen das! Komm! Auf geht's! Ich kann's machen! Auf, hilf! Komm! Los! Ticken! Ticken noch! Ja! Jetzt nochmal genauso! Boah, Scheißding, Alter! Nein, lass ihn da! Noch ein Ticken! Ja! Und schieb da! Und Beine dahinter! Ab! Boah, leg mich doch am Arsch, Alter! Los! Los! Und Brüder! Ja! Ja! Ticken weiter! So, unmittelbar! Auf eins! Auf eins! Auf eins! Ja! Und schieben, schieben! Auf geht's! Sehr gut! Komm jetzt! Auf geht's! Ruhig! Nicht passen! Und komm! Auf ziehen vor! Einmal! Wie eben! Komm! Auf eins! Dreimal! Auf! Höher! Auf! Und schwingst hoch! Setze dir ein Stück hinter! Geh ein Stück hinter lang! Sehr gut! Was denn willst du probieren? Komm der geht jetzt! Komm! Der kriegst du mein großer! Auf geht's! Erst hoch, dann vor! Auf geht's! Und lightweight! Auf geht's! Noch! Nee! Mach du ihn noch mal! Auf! Der muss hoch! Das ist viel zu leicht! Kipp zurück! Komm! Komm! Die waren zweiter Easy oben! Passt so! Passt so! Ein Zug! In den Bauch rein! Dann! Auf geht's! Arschfest hochwippen! Tickenloch, Tickenloch! Ja! Und schieb! 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 Noch weiter! Weiter! Ab! Tick den! Auf geht's! Hoch! Hoch! Schieb! 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 Alles raus geht! Alles raus geht! Komm! 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 Und los! Schönen Abbruch! Nein! Er muss wieder über die Presse! Roll ihn raus, komm! Auf, hol ihn raus! Und los mal über die Presse! Auf dich! Ruhe dran! Gib ihm voll eine mit von unten! Komm! Komm! Komm her, Psychopath sein! Komm! Auf, hol ihn dir, komm! Roll ihn nicht über die Matten! Die sind nass! Auf, noch 40! Komm! 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 Mit dem richtigen Push! Ah! Gut! Okay, 25! Jawoll! 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 Komm! 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 Sehr gut! Komm! Gib ihm! Kein Problem für dich! Jawoll! 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 Komm! Roy Hesse Power! Hesse Power! Geil! Geil! Komm! Geh nochmal ran! Jawoll! So Jungs, letztes Team über den Brecher! Ich muss sagen, grandios! Also da habe ich euch ein bisschen unterschätzt! Muss ich echt sagen, was ihr da an den Power-Sets gemacht habt! Besonders du, du hast dich echt verbessert! Danke! Und so soll das auch sein, dass wir alles trainiert haben und hier und da! Herzlichen Glückwunsch zu dieser Leistung! Oli, was sagst du dazu? Super! Richtig, richtig gebissen, richtig geil! Unterstützt gegenseitig! Die Kugel ist halt stecken geblieben! Nochmal alles retour! Aber wir hatten alles nichts gemacht! Wir gehen jetzt die Punkte auswerten, dann gucken wir mal, wer gewonnen hat! Wer 5, 6, 7, 8, 9, 10 geworden ist! Dann machen wir eine kleine Siegerehrung! Und würde ich sagen, bis gleich! Bis gleich! Herzlich willkommen zur Siegerehrung! Und als allererstes, was ich sagen möchte, ist vielen, vielen Dank an der Regenanteilnahme am Seelenbrecher 2022 hier im Eisendschungel! Es war mal wieder ein Fest! Also der erste Applaus sollte euch geben! Fetter Applaus! Wir haben wieder Drama, Leid und gebrochene Seelen! Ich denke mal, es hat euch Spaß gemacht! Wenn nicht, Beschwerdebrief an info-at-eisenbär.de zu Händen von Marcel Kübler! Der ist schon abgeschickt! Dann fange ich jetzt direkt mal an mit der Siegerehrung! Wo ist das Nilpferd und sein Krokodil? Jawohl! Komm Martin! Platz 5! Ja, Mann! Top 5! Jawohl! Ja, Mann! Ja, Mann! Danke! Mit Wunsch! Mit Wunsch! Mit Wunsch! Mit Wunsch! So, kommen wir nun zum vierten Platz! Die Top 3 war ziemlich spannend! Auf dem dritten Platz haben wir Raklet mit Musik! Jawohl! Mit Wunsch! Mit Wunsch! Danke, danke! Mit Wunsch! Mit Wunsch! So, jetzt muss ich mich hinsetzen! Platz 1 und Platz 2 haben die gleiche Rap-Zahl am Excalibur vollzogen mit fünf Wiederholungen! Und Seri, wie viel war das eine Team schneller? Das waren... Also, wir haben auf dem zweiten Platz Handkäs und Fondue! Ja! Ja, Mann! Geil, Mann! Glückwunsch! Das ist ja noch eine Treppe! Da kommen wir zum diesjährigen Gewinner des Seelenbrecher 2022 im Eisendschungel. Die Gewinner kriegen die zwei großen Pokale und eine Karte für nächstes Jahr für Umme! Jawoll! Sehr stark! So, da haben wir das Team Amor auf dem ersten Platz des diesjährigen Seelenbrecher! Mit Wunsch! Danke! Ganz hoch hinter die Fackel! Sehr stark! Mit Wunsch! So, dann nochmal einen fetten Applaus für die Top 3! Jawoll! 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 Also, top Wettkampf! Super Stimmung! Super Wetter! Odin war uns gnädig! Like abonnieren! Und? Glocke abonnieren! Glocke abonnieren! Glocke abonnieren! Glocke abonnieren! Glocke abonnieren! Der Oma! Oma! Opa! Alle die stark sind! Genau! Stark werden wollen! Jawoll! Super! Tschüss! Wie begin! Das ist nekartierig! Zuwenden! Biff! Pff! Biff! Biff!